Hey Leute und willkommen zu einem weiteren Rezept. Ja, heute gibt es neben dem Rezept dann auch noch sozusagen die Auslosung. Ausgelost ist die Person schon, aber ihr erfahrt, wer den Kokosblütenzucker aus dem letzten Video gewonnen hat. Und genau diesen brauchen wir auch heute wieder. Diesmal wird es aber etwas salziges. Wir nutzen den Kokosblütenzucker hier, um etwas zu karamellisieren, denn dafür ist er wirklich gut geeignet. Und ja, was genau es gibt, das habt ihr ja schon gesehen. Also machen wir einfach direkt weiter mit den Zutaten. Und ja, hier sind wir echt diesmal ein bisschen bunter unterwegs und ja, das Rezept braucht auch ein bisschen länger, aber es lohnt sich wirklich. Natürlich, im Februar Süßkartoffeln hatte ich ja gesagt, ihr braucht eine Süßkartoffel für dieses Rezept. Außerdem braucht ihr dann noch eine Mango, ihr braucht Schalotten, etwas Gemüse wie Paprika-Karotten oder vielleicht auch noch Brokkoli, die ihr hierfür nutzt. Außerdem dann noch ganz wichtig, Kokosmilch, die cremige, beziehungsweise die fettreduzierte, habe ich benutzt wegen der Diät. Ihr könnt aber auch auf normale zurückgreifen und ja, etwas Kokosöl, um das Ganze anzubraten. Wer das dann noch mit Proteinen versorgen möchte, kann hier hervorragend auf Kichererbsen zugreifen, das dann wirklich super lecker ist, wie so ein kleiner Eintopf. Ihr könnt aber auch Saitan nutzen oder natürlich, wenn ihr Fleisch esst, Hähnchen, würde sich in dem Fall auf jeden Fall gut anbieten. Den Anfang machen wir dann auf jeden Fall mit unserer Schalotte. Die ist von Grund auf eh schon so ein bisschen süß, aber ja, wir möchten die mit dem Kokosblütenzucker in der Pfanne erhitzen und dafür einfach so einen Esslöffel Kokosblütenzucker hinzugeben. Und ja, im Anschluss dann noch die Mango-Kleinschein, die geben wir dann in die Pfanne hinzu und ja, braten das Ganze da drinnen an sozusagen. Wir karamellisieren das Ganze etwas, es schmeckt wirklich hervorragend, ihr könnt es auch einfach ohne die Schalotten dann für ein Porridge verwenden, aber ja, das ist dann nochmal ein anderes Rezept. An dieser Stelle lassen wir das Ganze dann auch so ein bisschen in der Pfanne brutzeln, nehmen uns die Süßkartoffel und schneiden diese kleinen in mundgerechte Stücke. Ihr könnt aber auch einfach Hälften machen und das kommt dann dazu in die Pfanne. Bratet das dann einfach so auf den Seiten an und ja, lasst es einfach in der Pfanne weiter brutzeln. Dann widmen wir uns natürlich dem Gemüse, dieses schneidet ihr auch in mundgerechte Stücke. Die Mischung von Karotte, Paprika und auch Champignons, super lecker, aber wie gesagt, Brokkoli würde sich auf jeden Fall auch noch anbieten. Bringt dann auch noch ein bisschen Grün in die ganze Sache mit rein und ja, das kommt dann auch noch mit in die Pfanne. Die Kichererbsen ebenso, wenn ihr Kichererbsen denn benutzt, solltet ihr Saitan oder so benutzen, würde ich das relativ am Anfang machen. Und dann brutzelt das Ganze nochmal kurz auf, bevor ihr die Kokosmilch hinzugebt. Ich habe jetzt die ganze genommen, das waren so um die 200 Milliliter und das Ganze mit Zitronensaft und Wasser aufgegossen. Ja, einfach weil ich ein bisschen mehr Flüssigkeit haben wollte, damit das wirklich wie so ein Eintopf ist. Dann lasst ihr das Ganze für zwei Stunden stehen, würzt es noch mit Curry, Kumin, Chili, Zimt, was euch beliebt ist. Ihr könnt auch ein bisschen Knoblauch reinmachen und ja, letztlich nehmt ihr dann Koriander und Minze. Schneidet diese klein und gebt es über euren Eintopf drüber. Das reißt das Ganze irgendwie echt noch ein bisschen raus. Koriander, das ist einfach wirklich eine tolle Mischung und auch das Süße von der Mango und den karamellisierten Schalotten schmeckt dir in dem Essen echt klasse raus. Ich würde es direkt nach den zwei Stunden ziehen, essen, einfach genießen. Dazu passt natürlich auch noch Reis, wobei ihr natürlich mit den Süßkartoffeln schon echt klasse Carbs am Start habt. Aber ja, wer Reis dazu haben möchte, einfach dazu backen. Und ja, die genauen Nährwerte und natürlich auch die Zutaten findet ihr wie immer in der Beschreibung. Ich möchte mich auch hier nochmal herzlich bedanken für all eure Vorschläge, auch wenn sehr viele Low Carb Rezepte verlangt worden sind. Leute, wir haben gerade einen Low Carb Monat gemacht. Schaut mal zurück. In ein paar Low Carb Gerichten. Low Carb, mit die Idee. Veganer Low Carb. Und Herr Dage, einen neuen veganen Low Carb Gericht. Also vielen Dank für alle eure Vorschläge und Ideen. Jetzt aber zu dem Gewinner. Und zwar haben wir das mit einer, ja, auslose Webseite gemacht. Das ist, glaube ich, das Einfachste, was man bei den Social Media Seiten machen kann, wenn so viele Kommentare am Start sind. Und da ist ein Gewinner natürlich dann herausgekommen. Und dieser ist Tiard. Herzlichen Glückwunsch. Ich kenne dich ja auch schon von meinem Channel. Freut mich, dass du es auch hierher gefunden hast. Und ja, schreib mich einfach auf Instagram an. Gib mir deine Daten. Ich leite das dann weiter an Fit Meals und du bekommst deinen Kokosblünenzucker. Wenn euch die Aktion gut gefallen hat, dann lasst uns doch unbedingt einen Daumen hoch da. Auch wenn das Rezept euch anspricht. Und wir sehen uns dann zum nächsten Mal zu einem süßen Rezept. Aber wenn euch das Salz hier gefallen hat, das Salz süß ist, dann würde es mich freuen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Das war ja heute das Durcheinander.